Ich laufe jetzt vor Richtung Kreuzung zur Pernhauischen Landstraße von der Läubener Straße aus an der Gartenreihe vorbei. Und hier eingebogen wird in die Pernhauische Landstraße in stadtwärtiger Richtung. Rechte Hand die Kiesgrube. Hört man die Nachtigallen singen, jetzt nachts kurz vor 2 Uhr. Rechte Hand das Kaffee Blümchen. Und hier hört man es ganz deutlich, den Gesang der Nachtigallen. Wenn ich gerade ein Auto stört. So, jetzt bin ich ganz nah an diesen Baum rechts. Jetzt muss ich die Nachtigallen übersinden. Die meisten Menschen die nachts schlafen wissen davon gar nichts. Das mitten in der Nacht Vögel singen. So, ich geh zurück, weil die Straßenbahn gleich kommt. Gleich noch mal vorbei. Ganz nah. Ja. Also ganz spannend und eindrucksvoll. Und jetzt nochmal der Zoom zur Kreuzung gegenüber dem Polizeigebäude in Läuben. Das war, dass sie nicht wahrgenommen wird. Dann geht es wieder mit der Kiesgruben.